Ah, YouTubers! Vögel! Vögel! Ah, YouTubers! Vögel! Vögel! Ich war neulich reisen in ein unbekanntes Land Hab da nix verstanden und auch kein gekannt Da sah ich eine Schönheit hinter Buckingham Palace Und dachte, komm, ich frag mal, ob sie auch so'n Hunger hat Mh, aber was heißt denn jetzt Chicken Nuggets auf International? Ach ja! Ah, YouTubers! Vögel! Vögel! Ah, YouTubers! Vögel! 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 Die Nuggets waren ganz lecker zum Frühstück-London-Ei Doch dann stand ich ganz durstig da und Big Ben stand auch dabei Da kam die nächste Schönheit direkt aus Nutting Hill Und ich dachte, komm, ich frag mal, ob sie auch nen Bämpel will Was heißt denn Bämpeln jetzt noch mal auf International? Ach ja! Ah, YouTubers! Vögel! Vögel! Ah, YouTubers! Vögel! 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 Aber eine Frage hab ich noch Warum heißt Print Schals, Schals, wenn er nur einen Schal anhat? Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!